Musik Jetzt siehst du wie bei dem jungen Mann, dass man hier einen Übergang hat. Sondern wirklich bis hier hin mit der Maschine, alles weg. Ach so. Ja so in Richtung? Ja, ne? Wie alt bist du denn? 11, 11. Hast du was zu kriegen? Dann hab ich dir für dich auch was noch. Soll das auch ohne Waffen sein? Ja. Kannst du dir die Maschine auch seit 12? Ja. 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 Wie lange? Ach, ihr habt aufgenommen. Ja. 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 So, Eliemi war jetzt beim Friseur und habe meine Haare abschneiden lassen. Eine ganze Ecke, weil die kaputt waren. Und jetzt sind wir hier bei Teddy. Ich muss natürlich heute mit meinem Handy filmen, weil ich keine Kamera mitgenommen habe. Jetzt tue ich mich dann wieder verabschieden und sage Tschüss.